Als ich hier gerade wieder gewählt wurde, in den Bundestag eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt zu den Waffenexporten im dritten Quartal diesen Jahres. Und es ist kaum zu glauben, die Waffenexporte nach Saudi-Arabien haben sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr verdreifacht und die nach Ägypten Teil der Kriegsallianz versechsfacht. Das ist das, was Deutschland tut. Und ich kann Katrin Göring-Eckardt hier nur zustimmen. Es muss verhindert werden, dass Deutschland Waffen in Kriegs- und Krisengebiete liefert. Das muss beendet werden und alle bereits erteilten Genehmigungen müssen zurückgezogen werden. Was wir erwarten ist, dass die Bundesregierung sich stärker für humanitäre Hilfe im Jemen einsetzt. Was wir uns auch wünschen ist, dass endlich die einzige Organisation, die hier helfen kann, nämlich die UNO, gestärkt wird. Das kann doch nicht sein, dass ein UNO-Sondervermittler zurücktreten muss, weil einseitig Partei ergriffen wird. Die UNO ist die Organisation, die dafür sorgen muss, dass die Eliten an den Verhandlungstisch zurückkehren, dass sie einen Kompromiss finden, der zumindest erst einmal einen Waffenstillstand ermöglicht und dass endlich ein Wiederaufbau des Landes stattfindet. Dafür treten wir ein und dazu fordern wir die geschäftsführende Bundesregierung auf und natürlich auch die nächste. Wir haben die Menschen im Jemen nicht vergessen und wir werden sie auch nicht vergessen. Applaus